Im Rahmen der Digitalisierung gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten und eine davon ist das sogenannte Tool Feedbacker. Feedbacker ist ein sogenanntes Audience Response System. Das kann man sich so vorstellen wie in der Millionenshow bei Arming Assinger. Man stellt eine Frage und hat dann die sogenannten Clicker und das Publikum darf also dann bewerten. Und das gleiche kann man jetzt im Rahmen von Lehrveranstaltungen machen. Der Unterschied ist, dass wir keine Clicker verwenden, sondern eigentlich das Smartphone, ein Tablet oder irgendein internetfähiges Gerät. Sie als Lehrende können eine Frage stellen und bekommen mehr oder weniger in Echtzeit dazu Antworten. Das kann sehr vielfältig eingesetzt werden mit verschiedenen didaktischen Prinzipien. Dazu gibt es auch einen kleinen Leitfaden oder auch als sogenanntes Feedback. Das heißt, dass man sich wirklich Feedback in Echtzeit von den Studierenden oder auch in anderen Dingen holen kann.